In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem Akkuschrauber IXO von Bosch. Der IXO ist ideal für alle Schraubarbeiten im und ums Haus. Wenn große Geräte zu unhandlich und schwer sind, punktet der IXO mit seiner kleinen Größe bei erstaunlicher Kraftentfaltung. Der IXO liegt dank des neuen ergonomischen Designs immer optimal in der Hand. Der neuartige Bedienschalter ermöglicht die Bedienung in den unterschiedlichsten Griffpositionen. Auch der intuitive Drehrichtungsschalter ist bequem zu erreichen. Schalter nach vorne drücken bedeutet Schraube hineindrehen. Schalter zurückziehen bedeutet Schraube herausdrehen. Die Position des Schalters verhindert ein unabsichtliches Umschalten der Drehrichtung. Das neuartige Leuchtkonzept umfasst zwei Beleuchtungsmöglichkeiten. Für das punktuelle Ausleuchten mittels Spotlight und für ein großflächiges Ausleuchten durch Streulicht. Damit ist die Arbeitsstelle stets ideal beleuchtet. Die kompakte, ergonomische Bauweise mit Softgrip sorgt für ein komfortables Arbeiten. Die Akkuladezustandsanzeige zeigt durch rotes Aufleuchten, wenn die Akkuladung auf unter 30% gesunken ist. Über den Micro-USB-Anschluss lässt sich der Akku schnell und komfortabel laden. Die Aufnahme ermöglicht die Nutzung der optional erhältlichen Collection-Aufsätze und macht damit den XO noch vielseitiger. Mit dem Drehmomentvorsatz ist ein schonendes Arbeiten gewährleistet, da weder Schraubenköpfe noch Oberflächen beschädigt werden. Mit dem Winkelvorsatz kommt man auch in die kleinsten Ecken. Mit dem Extendervorsatz können selbst randnahe Schrauben einfach verschraubt werden. Auch als Haushaltshelfer im und ums Haus macht sich der XO gut. Beim Öffnen von Flaschen, Würzen von Speisen, Anfächern von Grills und als Schere für Weichmaterialien bis zu einer Stärke von 6 mm. Und nun viel Spaß mit dem Akkuschrauber XO von Bosch.